Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer! Einer der schönsten und bekanntesten Bündner Aussichtsberge heisst Pitz Beverin. Dank seiner günstigen Lage und der imposanten Höhe von fast 3000 m über Meer, geniessen wir eine wunderbare Aussicht ins Domleschk, ins Safietal und auf die umliegende Bergwelt. Nicht nur im Sommer ist Pitz Beverin darum ein beliebtes Wandergebiet. Auch im Winter wird er häufig besucht und belohnt den Aufstieg mit faszinierenden Abfahrten. In dieser einzigartigen Region hat die Natur die Voraussetzungen für ein besonders reines Mineralwasser geschaffen. Für Swiss Albina, das Mineralwasser von Goethe. Auf einem jahrelangen Weg abwärts hat das Schnee und Regenwasser, Kies, Sand und verschiedenste Gesteinschichten langsam durchsickert und dabei einen ganz bestimmten Charakter angenommen. Mit seinem Gehalt an wertvollen Mineralien wie Kalzium und Magnesium, mit einer Gesamtmineralisation von über 1285 mg und seiner natürlichen Reinheit, ist Swiss Albina ein ideales Getränk gegen den Durst und für die gesunde Ernährung. 30 Jahre und länger kann es gehen, bis das Wasser, das einmal als Regen oder Schnee auf der Pitz Beverin gefallen ist, an die Erdoberfläche zurückkehrt und dort als Mineralwasser Swiss Albina gefasst und über geschützte Rohrleitungen in die Abfüllerei weitergeleitet wird. Swiss Albina kommen Sie nur bei Goethe über. Es gibt es normal, leger mit wenig Kohlesäure und naturell, also ohne Kohlesäure. Wir finden, solches Mineralwasser müssen eigentlich alle trinken. Und darum offerieren wir es Ihnen in den 1,5 Liter PET-Flaschen zum besonders günstigen Preis von 95 Rappen. Ebenfalls günstig, nämlich zum Aktionspreis, können Sie bei uns ein anderes bekanntes Getränk einkaufen. So, jetzt gibt's OSC. Da ist ganz viel Vitamin C drin und das ist gesund. Hat mir meine Mama schon gegeben. Nun aber raus mit euch! Ohne Zusatz von Zucker. 100% Fruchtgehalt. Viel natürliches Vitamin C. OSC. Reich an natürlichem Vitamin C. Zeit. Faszinierend, wie sie Dinge verändert. Wie sie Spuren hinterlässt. Neu. Die Antifaltencreme von Nivea Visage mit Vitamin A und E. Aktiviert die natürliche Hauterneuerung, reduziert die sichtbaren Spuren der Zeit. Nivea Visage. Natürlich schön bleiben mit Nivea Visage. Alles, was Sie dazu brauchen, kommen Sie bei uns jetzt noch günstiger im Duopack rüber. Die Auswahl an Produkte aus biologischem Anbau wird auch bei unseren Früchten und Gemüserayons ständig grösser. In mehr als 200 Läden finden Sie jetzt Herdöpfel, Rüeble, Blumenköll oder Äpfel unter dem Coop Naturaplan Label. Und jede Woche kommen mehr dazu. Sogar Orangen aus Sizilien, die nach der Richtlinie der VSBL auch in Sizilien angebaut werden, sind jetzt erhältlich. Und diese hat sich auch Armin Amrain für sein Rezept nicht entgegen lassen. Grüezi miteinander. Wer Freude an eine ungewohnte Salatkombination hat, kommt heute bei mir auf die Rechnung. Drüben schälen und in Streifen schneiden. Von der Orangen zuerst die beiden Enden abschneiden. Dann die Schale so abschneiden, dass auch die weisse Haut entfernt wird. Die Filet entlang der Trennwände vorsichtig ablösen und den restlichen Saft von Hand aus der Haut ausdrücken und aufwollen. Für die Vinaigrette den Orangensaft mit 2 Esslöffel Honig und Zitronensaft verrühren. Distelöl naht in naht einfügen und mit Salz und Pfeffer würzen. Die Rüeblisstreifen und Sultanine mit der Vinaigrette mischen und eine Viertelstunde marinieren. Zum Anrichten grüne Salatblätter auf Teller verteilen. Den Rüeblisalat darauf anordnen. Mit der Orangenfilet garnieren und leicht gerüstete Kürbiskernen möglichst noch warm darüber streuen. Wo Sie das Rezept nachlesen können, wissen Sie ja. Ich wünsche auf jeden Fall viel Vergnügen beim Ausprobieren. Wohnen mit Top-Tipp heisst gut und günstig einrichten. Und was wir Ihnen heute zeigen, können Sie in der Regel mitnehmen. Zum Beispiel die Kombischränke in Schweizer Qualität, zweitürig, in Vanille, Schwarz oder Weiss, Buchen- oder Kieferendekor für nur 335 Franken. Noch mehr Platz bieten unsere 3-türigen Kombischränke für 395 Franken. Alle Schränke sind mit Kleiderstangen, Tabler und Schubladen ausgerüstet. Und ein Spiegelset dazu gibt es für 55 Franken. In allen GOP Top-Tipp Ausstellungen finden Sie jetzt übrigens den Metallklappstuhl in diversen Farben, zum Preis von 29 Franken. Und das finden Sie morgen neben den weiteren günstigen Aktionen in unseren Läden. Im Frucht- und Gemüse-Reyond Bananen per Kilo für nur 2,10 Franken. Beim GOP Träteur Frisch Pizza Quattro Stagioni für 3,95 Franken. In der Tiefkühl-Abteilung gibt es Gold Star Fischsticks im Duopack für 4,90 Franken. Und bei den Biscuits kommen Sie Ulwe Chocoli als 3 für 2 für 5,50 Franken. Ausserdem offerieren wir Ihnen zwei GOP Videokassetten E240 für 15 Franken. Und im GOP Restaurant stehen je Woche Spaghetti Bolognese für 7,80 Franken auf der Karte. Gesunde, natürliche Produkte sind im Trend. In einer Woche stellt Ihnen meine Kollegin Neuheiten vor. Frei von tierischem Fett und eine gesunde, eiweissreiche Alternative für die vegetarische Küche. Bis dann, auf Wiedersehen und weiterhin einen schönen Abend.